One Lord of Trimax hier. Willkommen zum allerersten 10-Tage-Stream aus der Streamer-WG. Wir fangen an mit Craft Attack, das ist nämlich gerade gestartet. Wir haben unfassbar große Projekte vor. Es gab ein neues Update. Alles geht jetzt viel höher, viel tiefer. Es gibt neue Materialien. Wir haben sowas Geiles vor. So unfassbar kranke Projekte werden jetzt hier angesteuert. Zusätzlich haben wir noch als Bestrafung pro Sub eine Erbse. Streaming geht gerade an, wir sind bei 220 Erbsen. Ich schaff's das, ich hab das ausgerechnet. Wenn ich jetzt über 10 Tage, sagen wir 8000 Subs mache, sind jetzt am Ende so 12 Kilo gekochte Erbsen. Da muss ich so pro Tag ein bisschen mehr als ein Kilo essen. Ich bin ein guter Esser, Erbsen sind gesund. Ich glaub, das ist machbar. Ich schaff das auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Ach so, ich hab mich schon umgebracht, damit ich respawn. Ja, ich bin überliebt. Trimax, wie geht's dir? Hey, was geht? Ist Kevin jetzt bei euch? Yep, Kevin ist da. Geil, Alter. Hey, danke nochmal für die Einladung, Bro, ne? Alter, wo? Aber ich hab leider krank geworden. Sonst wär ich natürlich gekommen. Aber danke nochmal, Bro. Kuss. G-Time, du hast hier schon mal angefangen, ein bisschen zu bauen, ne? Ich hab nur ein bisschen was gefarmt bisher. Okay. Das ist das, was wir haben. Hast du schon mal so Essen und sowas? Du hast schon mal so ein kleines Überlebenslager hier aufgebaut? Mhm. Ich muss, by the way, noch an Max gratulieren. Ich weiß ja nicht, Max, aber hast du das mitbekommen? Na? Du hast einfach Craft-Tag 8 gewonnen mit, weil du null Tode hattest. Echt? Wie geil. Ich hab Craft-Tag 8 gewonnen. Ich hab Craft-Tag 8 gewonnen? Ja, Craft-Tag 9 direkt schon verloren mit dem einen Tod. Ja, jo, stimmt. Wie schlecht eigentlich. Das hat er gemacht, damit alle anderen jetzt mal eine Chance haben. Ja, ist ja sonst fies. Nicht jetzt hier einfach so alles wegdominieren. Ja, dann werden alle demotiviert, wenn Max einfach neu dazugekommen ist vor zwei Jahren und immer gewinnt jetzt. Ja, das wär blöd, immer zu gewinnen. Sag mal, wie kann man Dripstone-Hüllen finden? Ich buddel mich jetzt einfach hier irgendwo in die Erde, oder was? Ja, Zufall. Aber unter Miner Base zum Beispiel ist ein Lush-Cape, das wär was anderes. Bei mir sind wir alles voll unten. Oh, jetzt heißt es eigentlich Emeralds traden. Wie, ich mein, schau's so richtig, Leute? Zack, und hoch. Gut? Nein, nicht gut. Okay, alles wieder sauer. Ja, okay, dann. Bin besser geworden. Ich hab das letzte Craft-Attack gewonnen, das boostet mich jetzt. Wie kann ich mit der Offhand was setzen? F. Ich drück F und dann ist es platziert? Nee. Wie? Ach, du meinst mit der Offhand was platzieren? Das geht nicht, glaub ich. Da, warte mal, ging das nicht? Doch, geht, klar. Einfach rechtsklick. Kannst mit der Offhand Sachen platzieren, wenn du in der Mainnet beispielsweise eine Spitzsache oder sowas hast, also wo du nichts mit platzieren kannst. Ah ja, dann ist auch rechtsklick einfach, danke, geil. Voll die gute Mechanics, super Game, Minecraft. Oh, ich hab so Bock, ne? Das Witzige ist, ich bin der, der am meisten Bock hat. Willst du was cooles sehen, Max? Wisst ihr, man hat ganz kurz eine Sache, die ich kurz sagen muss. Komm mit, komm mit. Sneakern, sneak, 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 sneak. Lass ihn erstmal reden. Das geht bis da unten bis minus 20, 30, 40, dann ist ein richtig heftiger Cave. In der Cave sag ich auch. Äh, Cheetan, wir brauchen dich schnell. Ich bin hier grad so in der Höhle. Das ist ja echt gut, wenn einer hierher kommen würde. Ich sterb hier wahrscheinlich. Vor mir sind zu viele Zombies, ich komm hier nicht mehr raus. Ja, Chef Strobel muss dir helfen. Ja, ich hab aber nichts zu essen, ich muss gucken, wie ich jetzt essen. Ich hab auch kein Essen, ist egal, ist egal. Es wächst auch. Winzig, du hast sieben, damit kannst du ein Brot machen. Hier, siehst du das? Ja, ich hab nicht mehr. Du kannst ein Brot machen, wenn du das komplette Feld erntest. Kannst du ein Brot machen, das ist ein Feld. Zwei Brote, hier kann ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Brote machen wir das alles. Danke, Chef Strobel, ne? Danke. Du bist auch in die, du bist runtergegangen, ohne mich zu fragen. Trimax, was shoot by skeleton. Ja, ähm, Max geht ohne mich runter, bedankt sich jetzt bei mir, obwohl er einfach alles klaut ist. Was ist das? Warum bedankt er sich jetzt bei mir? Was ist das denn? Ja, du bist schuld, Chef Strobel, du hast nicht geholfen. Da sind meine Sachen, ja. Okay, 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 ich muss mir ganz kurz... Überlebt, geil, danke. Ja, ich gebe auch zwei Bugpfeifen, einmal von dir, Max, einmal von Romatra. Ich möchte dir eine geben, ich möchte, ich bin dran. Ja, ja, wir sind alle in einem Raum, alle in einem Raum. Auch G-Time. Ich bin auch hier, ja. Krass. Krass, das war nicht zu schwach. Das hat Glopper gepitzt. Das war nicht zu schwach. Ja, also sie war schwächer als Max, aber deiner war auch schon krass. Deiner war schon krass. Ja, ist perfekt. Also so tief wie möglich gehen wir. Genau, genau so tief wie möglich. Also über den Bedrock am besten. Weil das ist wie so eine... Was soll das? Was soll das? Sorry. Das war ich. Ich muss pennen. Keine Kühe von mir töten. Eine. Opfergabe. Nee, wenn ihr eine tötet, rast ich aus. Opfergabe. Nee, wenn ihr die tötet, dann töt ich euch. Es will keiner pennen. Ich bin so sauer auf den Server. Ich gehe jetzt auf Expedition. Scher Strubel, ich tue mein Eisen hier bei dir rein. Und ich gehe jetzt auf Expedition alleine ohne dich. Schade. Ich finde es nur schade. Ich hätte dich gerne mitgenommen. Wo bist du denn hin? Hier. Okay, komm. Auf die Expedition. Bist du bereit? Ich brauche so tropfende Zapfen. Ey, Leute, das... Ich will jetzt Dripstone haben. Ich werde ungeduldig. Okay. Okay. Ich sterbe. So, der geht auch. Ja, ich sterbe. Wenn ich den Stein wegkriege, sterbe ich. Ich kriege unter Wasser einen Stein nicht abgebaut. Ich hat trink einfach. Drei Herzen. Alter. Überlebt. Das war knapp. Oh, hier ist ein Glowsquid. Ja. Das ist das nutzloses Mob, was die hätten reinvoten können. Mal im Ernst. Spark, wir müssen das hier ändern. Was denn? Das ist leider viel zu schwer hier alles unten in den Minen. Wirklich. Also, wenn jetzt Max hier unten wäre, der hätte schon längst keinen Bock mehr. Ehrlich. Ja, was heißt denn zu schwer in den Minen? Ja, Tryman. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ja, weil Revi hier reinkam und redet. Ich bin gestorben. Jetzt tot. Ja, ich bin tot. Tot. Alles weg. Alles weg. Oh nein. Alles weg wie ein Revi. Wie kann man denn trinken? Wegen mir? Ja. Ich war gerade voll im Fokus und dann hat er so irgendwie richtig scheiße gelabert. Irgendwas von Werbeblöcken oder so. Ja, ich habe noch 26 Eisen. Alles cool, G. Ich bin echt tot. Ich habe auch Kevin voll zugetextet. Das war mir sehr unangenehm. Der hat in seinem Stream auch eine Spanlecht abgeschickt und das war sehr, sehr peinlich. Aber Platte? Ja, ich habe die mit Rehzmann so voll gelabert. Kann man machen, dass man nicht mehr brennt? Wie kann man den Brand löschen? Nee, nee, nee. Der war ja krank. Ich habe ihm ein Spanlechtchen geschickt mit Rehzmann. Shit, von wo bin ich gekommen? Der ist so genervt. Loser. Vier von sieben schlafen. Oh Gott, drei von sieben. Ich bin nach dem Ozean. Sofass, Sobi, ein Bett angegriffen. Das ist ja ein Albtraum. Lava-Generator, ne? Ich will das, frag nicht. Ja. Oh, ja. Lava-Generator. Das ist smart. Was ist das? Ich will die weg. Ja, ich will die haben. Nee, Romatra, Romatra, ich brauche diese Acelas. Ja, die kriegst du... Okay, jetzt, ich hab sie. Ich hab sie, ich hab sie. Das ist eine Ripstones. Spark. Bitte? Über der besten Flocke wohne ich, ja. Fang an. Also ich habe gestript, meint für meine Diaristons, sagen wir so. Es hat aber ein bisschen gedauert, weil ich mal wissen muss, wo das vor allen Dingen ist. Ey, hat irgendjemand von uns hier einen Amboss schon oder so? Ja, dann. Bleib da stehen. Ich hab null Eisen, ich hab null irgendwas, ich hab Hunger und ich glaube, ey. Oh, Mann ey. So, ich mach mir fullen, alright, und dann werde ich dich erstmal töten, ich versprobe. Das ist so schwer in der Version. Wenn du mein ganzes Eisen geklaut hast. Ja, töte ich, ich versprobe mal. Wieso geht das nicht? Oha, was ist das? Ich kann da nicht langsliden. Stimmt. Okay. Romatra, Romatra. Was denn, kommst du zu mir? Nee, ich kann nicht, ich brauch immer noch Essen, Romatra, wenn ich zu dir laufe, bin ich tot. Mach dir doch einfach schnell ne Weizenfarm. Hab ich, und es dauert fünf Jahre, bis irgendwas wächst. Das wird wieder was nicht sehen. Das wird geil, das wird echt geil. Wenn du mit was reden willst, musst du im Discord, ich hab dich wirklich nicht verstanden. Ich will, dass es wächst. Ich will, dass es sich vermehrt, bitte. Chance, dass ein Dripstone wächst, also im Schnitt wächst ein Dripstone alle 100 Minuten. Du verarschst mich. Nee, du baust 100 Stück, dann hast du jede Minute ein Dripstone, das ist doch voll geil. Ja, das dauert echt zu lang, das dauert echt zu lang. Das dauert echt zu 100 Minuten. Dann Spark, dann brauchen wir mehr Dripstone. Every single row step takes an average time of five in-game days or 100 minutes. Nee, das geht nicht. Ich hab mir eine Farm angeguckt, da hat der Typ das auch gesagt. Der hat gesagt, auch alle 100 Minuten wächst das. Und wenn man das dann so, wie nennt man diese verschiedene, die da durchwärts? Ey, 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 ist aber erstmal kein Problem, wenn wir exponentielles Wachstum haben. Wir brauchen nur einen größeren Start. Das wird riesig, da wird insane viel kommen. Okay, dann brauch ich jetzt Kakteen und Dripstone, bitte. Wie macht man das doch mal, dass das effizienter ist, effektiver? Das Weizending, immer ein Weizenstrang, ein Wasserstrang? Nee, ein Block Abstand dazwischen lassen. Einfach Streifen ziehen. Streifen. Ich hab drei Boote. Ich hab drei Boote. Das hat Max da aufgehängt, das ist an die Nordsee. Deswegen hängt das da. Achso, das Bild ist direkt hinter dir, witzig. Ja, das ist direkt hinter mir, das Bild. Ich hab den gefunden. Alter, Spark, geilster Typ auf diesem Planeten. Nach Chef Strobel. Warte mal. Das ist der niedrige. Was ist jetzt aber hier? Sag doch gleich, dass du mich hast. Max, du losst bei dem Wasser. Ey, hört doch mal, es klappt doch. Ich kann es nicht. Aber nicht mit der Farm, ne? Das ist Treasure Drop. Du kannst eine kaputte Angel oder eine schlechte Angel angeln. Das ist Junk Drop. Ey, wir kommen gut voran, Leute. Ich feiere das, was wir gerade machen. Sehr dolle. Das ist schon echt nice. Oh mein Gott, Leute, es ist der nächste gewachsen. Schaut es euch an. Die wachsen mich auch hier unten. Seht ihr das? Das ist einfach ein Wunder. Das ist das Geilste überhaupt in Minecraft. Seht ihr das? Dieses Konstrukt. Findest du die wachsen jetzt doch schneller als gedacht? Nö, 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 das nicht. Schaut es euch an. Nein. Ey, weiter. Wachst du es? Jetzt kriegt es mir. Da hast du mir viel zu viel. Ich wälde ja noch ein Sextant mit rein. Dicker Höhle. Auf welcher Höhle fände ich dir? Alter, vielen, vielen Dank. Auch, wie auch immer das hier passiert ist. Wirklich zu tief ist meistens nicht so viel. Aber so bei der Grenze zwischen dem Deep Slate zu den normalen Bereichen ist es meistens groß. Loser, Zombie. Loser. So ein Loser. Die sind so dumm. Ah, was war das? Das war Spark. Spark hat mich angegriffen. Oh. Ja, ihr habt hier überall nicht ausgeleuchtet, ne? Ja, deswegen habe ich mir dieses Dings hier gebaut. Wow, was machst du? Sag mal, das gibt es doch nicht. Du stellst dich auf die Mauer. Man darf nicht auf der Mauer stehen. Das gibt es einfach nicht. Hier ist null ausgeleuchtet. Du hast die Zombies so unendlich hochgestellt auf diesem Server. Du hast ja sogar an Chef Strobel gedacht, ne? Das stimmt, das ist krass. Ja, allerdings war das mehr so eine Sache, weil ich halt wusste, dass wenn ich den nicht einlade, dass der auf Twitter wieder richtig apeshit crazy geht. Ja, das darfst du. Der wird auf Twitter wieder in seinem Baller sitzen und richtig rumkrakehlen. Ja, das stimmt. Das ist so schlimm mit dem. Das ist wirklich krank. Ja, der ist wirklich krank. Das reicht halt auch mal irgendwann, mein Newtster, ja? Ja, der Strobel fragt mich immer, wer Oleg ist. Das wird so nice einfach wieder, ne? Oh, noch ein Zipfel, zwei Zipfel, fünf brauchen wir. Fünf brauchen wir, dann wird das Ding wieder größer. Geil. Die reißen wir jetzt immer ab, wenn sie einmal fertig wachsen. Ich brauche noch einen Trichter und Eisen, aber ich habe schon gut Eisen. Oh, ich habe wieder einen richtig, richtig guten Start hingelegt. Oh, zwei, zwei Zipfel. Vier, vier, vier. Einen noch. Och, geil, gleich ist es soweit. Wenn einer noch, dann flopft wir wieder weg. Halt's Maul, wo hat er die her? Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt geht's los. Holy shit. Wo hat er die her? Wo hat er die her? What? Nee, oder? Das gibt's nicht. Wie, 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 wie? Wo hat er das her? Er verdient Props. Was hat er dir gegeben, Max? Dripstone, ganz viel. Das gibt's nicht. Nee, der braucht Props. Der hat einen gefunden. Der hat eine Dripstone Cave gefunden. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's so los, ne? Jetzt geht's richtig krank los. Reigt das schon, wenn er eine Rüstung anhat? Das geht schon, oder? Ich muss ihm nichts geben, oder? Nein. Da musst du dich geradewegs hinbauen. Das heißt, du kannst dich hinstellen bei dir. Einfach auf 1, 5, 6, 1. Und nach... Dann guck ich mal, ob ich hier noch irgendwie das andere Schaf krieg. Das kann ich dann mit dir vorlaufen. Cool. Hat vielleicht noch jemand von unserem Streettime? Hast du viel Erde, oder habt ihr Blocke, die ihr nicht braucht, Jungs? Wir brauchen davon hunderttausende Stück. Einer entsteht in hundert Minuten. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Aber es wächst exponentiell. Und 5 Zapfen ist ein neuer Zapfengenerator. Ich kann dem Zeug normalerweise. Warte mal, Romata, du baust nicht rechts vom Berg, sagst du? Max, wie viel Zapfgift? Nee, ganz gerne rechts vom Berg. Also da steht bis jetzt, guck mal, warte, ich bin bei dir G-Time. Können Sie sagen, ein Stack, ein Zapfgift, maximal 25. Da nach links quasi, da kannst du von mir auszubauen. Ja, dann geh ich da hin, weil ich dachte gerade eben, du auch brauchst da. Ja, nur meine, nur meine, nur meine, die ist ein anderes Ding. Da kann ich sagen, lass mir keine Backpfeifen geben. Ja, ich verleg da meine, meine Kuhfarben auch da hin. Die lass ich nicht, Chef Strobel. Warte, hier. Das war Chef, aber das ist jetzt mal. Ich geb dir auch noch gleich dein Eisen wieder, ne? Alles gut, ich hab genug Eisen. Ich bin so ein krank guter Minecraft-Spieler. Das ist unnormal, wie ich reingekommen bin. Unnormal. Wow, wow. Ich bin so schlecht. Ich komm überhaupt gar nicht rein. Ich finde einfach gar nichts. Komm mit dem Update gar nicht klar. Aber ich bin hier auf irgendwie minus 50 und hier ist nur so ein hässlicher Stein. Und das war's. Teils nicht. Thief Slate, meinst du bestimmt. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist alles derselbe Stein einfach. Übel hässlich. Ich finde nichts, weder Eisen noch Gold. Das ist einfach alles Mangelware geworden. Ich weiß auch nicht, wie ich hier rauskommen soll. Big Brain ist eingeschaltet. Wie geht das? Und ausgeschaltet. Great. Jetzt geht er wieder an. Jetzt ist es wieder an. Ich muss lachen, weil ich so krass bin in Minecraft. Das ist total witzig. Gita, läuft es bei dir auch? Bitte? Hast du gesehen, was ich hier schon gebaut habe? Ja. Weißt du, wie weit das geht? Hm. Hoffentlich bis zu Early Boy Silent House. Geil, oder? Alter, was hast du hier schon gebaut? Ja, Wichtiger hat mir gut was gebracht. Aber 100 Minuten für einen so einen Zipfel, das dauert. Nein, nein, verarsch mich nicht. Wer hat das geholt? Wer hat das geholt? Das hat der Bruder geholt. Als Verarsche, ne? Du hast keine Tiefkühl-Appsen geholt. Das ist Verarsche. Zeig mir die Tiefkühl-Appsen. Eingelegte Scheiß-Appsen. Du holst, das geht nicht. Das kann ich, das geht nicht. Das geht nicht. Die Tiefkühl-Apps war abgemacht. Ich bring dir noch einen Löffel, dann kannst du jetzt schon fast weggehen. Nein, nein, das ist ganz falsch. Der hat noch tiefkühl-Apps, der lacht so sehr. Natürlich, die gucken. Dann müsste er nochmal los, oder was? Echt, das sind die Apps? Ja, dann muss ich kurz Selina anrufen, dass sie mir noch Apps mitbringt. Die packe ich nicht. Bist du bescheuert? Denkst du, wieso... Denkst du, echt, die würde ich essen? Wieso du lachst und bringst sie trotzdem mit die ganze Zeit? Ja, wenn ich mir die Tiefkühl-Dinger selber koche, da kannst du kontrollieren, was du das Endprodukt hast. Aber die Dinger... Nein, ich koche die ganz normal. Ich koche mir die selber. Also, es ist normal.